Ahoi und hallo, willkommen zurück zu Hero Siege. Wir werden gleich mal gucken, wie wird es heute kommen. Oh, okay, das geht super los, gleich anfangen gleich erfolgreich halten, so muss es halt. Warum haben wir so wenig Leben? So viel Leben ist letztes Mal verloren? Oha. Mal einen Full-House-Drank nehmen gleich, oder? Naja. Ne, wir lassen uns noch mit dem Trank. Wir nehmen uns den Aufruf später. Dann bis jetzt. Leckt es ja wieder mal ein bisschen. Von daher. Ich weiß nicht, ob man es liegt, dass es leckt. Also wenn ich normal spiele, leckt es nicht. Ich denke, man hat irgendwas mit Fraps zu tun. Denke ich mal. Keine Ahnung. So. Mal rüber gucken. Eintruch. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Ja, damit spust. So. Ach, die Spinnen. Die Spinnen. Die Spinnen. Die Spinnen. Ey, hat sie ja fast gereicht. So. Also ich möchte jetzt es gerne leben. Das wäre echt sehr erotisch, wenn ich jetzt ein bisschen Leben kriegen könnte. So. Runter. Pack. Was. Das. 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 Das für ein Geräusch. Ach. Negantische Spinnen. Wir heilen uns ja ein bisschen durch. Darf doch, dass wir ja Schaden machen. Aber irgendwie. Weiß ich nicht. Ist das nicht so das wahre? Boah. Nichts. Komm. Mal ein bisschen abschütteln. Wow. Ja. Ein Treasure Golem. Goblin. Da findet übelst viel Kohlen, wenn er mal tötet dann. Oh. 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 Und dann, mal kurz. Sorry. Oh. 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 Gatt. Oh. 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 Ah stimmt, wir haben ja das Skelettschlüssel gefunden. Oh. Oh, ne, bei ne. Oh. 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 ist das volle granate renate zack das ist ja noch immer noch vereinzelt lex ich weiß nicht woher es kommt ich habe keine ahnung wow da drüben oh gott leider da müssen wir jetzt hin 7200 für hausdruck wieso ist es so teuer warum ist das so teuer achtung schütt schütt und rein zack zack oh gott schade ganz schnell unser leben in den kerl verpasst so ich weiß gar nicht was dieses kleine baby da überhaupt macht was uns rum fliegt dieser embryo war es ein embryo? ich glaube es war ein embryo ich weiß nicht ob ich überhaupt irgendwas kann oder was bloß dumm hin und her fliegt wo ist der letzte gegner? schippenpaarung ohne spinne auch im kopf wo ist der letzte welle? wo ist der letzte welle? gleich ranion wo wo wieder ein großer kopf mit seinem riesen kolon auf gott und feuer wo fällt mir gerade gar nicht jawoll bei oh das war kopf um kopf kopf über die löst woooooh Ganz aber zu unübersichtlich hier. Gelbotank, was bringt er? Wird was Gutes, wird was Gutes, wird was Gutes. Ja, schneller schwingen. Pack, pack, pack. Ah, so nice. Ich glaube, wird ein bisschen schneller laufen, das Spiel. Also, so ist es ja viel zu leicht. Uaaah! Stirbkopf! Kann ich die finden? Nö. Wer weiß, warum die da sind. Welle 64. Ich glaube, ab Level 70. Wenn mich nicht alles täuschen, oder so kommt man ins neue Gebiet. 90? Ich hab keine Ahnung. In dem neuen war ich auch noch nicht weiter. Neu bin ich immer gleich bei der ersten Welle gestorben. Also, das hat es richtig in sich. Aber jetzt sieht es ja relativ gut aus. Ich versuche jetzt ein bisschen Geld benutzen zu sparen hier. Für... Vollhaustrank. Weil ohne Danielsdeutschen hab ich. Uuuuh! Ein Dungeon! Wenn wir gleich mal suchen. Wir haben uns dann da... ...verbarrikadieren. Oh Gott! Um dort, um gleich reinzugehen. Oh, die alle tot sind hier. Jetzt läuft es noch. Läuft schnell! Oh Gott! Normales Tempo! So geht das Spiel normal weiter. Das ist die normale Geschwindigkeit. Also, das ist... ...nicht gerade ein langsames... ...Gang. Deswegen ist es auf der einen Seite gar nicht so schlecht, dass es ein bisschen lecker ist. Weil dann läuft es ein bisschen langsamer und... ...die Wahrscheinlichkeit, dass man so überleben ist, zu viel höher. Ich bin trotzdem noch auf der Suche nach dem Dungeon. Muss doch hier irgendwo sein. Da! Das ist der Eingang zum Dungeon. Guck mal mal erst rein, wenn alle tot sind! Oh, wir haben geschaut, ob die wird. Okay. Kann man wie auch ganz geschafft. So. Schnell auf. Und hier rum. So und... Nicht aufs Wall kriegen. Uuuuh! 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 Perfekt! Perfekt! Wird doch noch ein Gegner und erst da hinten. Uuuuh! Ich weiß nicht genau wo er ist. Uuuuh! Ich weiß nicht genau wo er ist. Uuuuh! Uuuuh! So ein Dungeon. Uuuuh! So ein Dungeon. Gutes Gelegen im Dungeon! Bei dem Dungeon ist echt... Oh Gott! Oh Gott! Hab doch schon mal ein Nauti... Nautilus gehört. Wuuuh! Ach die Explodierung! Okay. Das ist... Die war mir neu. Zack, zack. Zack. Und zack. Und rüber. Und runter. Und Kisten wird noch ein. Hier kann auch immer zum Ende mal ein Boss kommen. Also... Es ist nicht ganz einfach hier oben. Wenn man keine Items hat und gerade Fisch eingefangen hat, ist das hier echt schwer. So. Bapp. Bapp. Rüber. Startaktivieren. Während uns so. Zettel liegen. Uuuuh! Auf mir das Blatt macht! Du 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 du! Die Explodierung! Oh Gott's Dank Zeitlübe! Hehehehe. Zack. 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 Na! Ach ist schon aktiv. Okay. Oh Gott. Pass! 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 Ich hab's nicht gecheckt! Zerpeilt! Draufhauen, 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 jawoll! Haaaah! Und den Klackenchen gepackt! Wuhuu! Erfolgsfreieschalten! Oh, was ist denn das? End of the world! Hm. Das oder? Hm. Nehmen wir jetzt das? Ich weiß nicht was es bringt. Oder nehmen wir... Das Schild. Wir warten mal kurz. Bis es aufgeladen ist, dann testen wir es mal aus. Und dann entscheiden wir spontan. Okay, wir bleiben das. Wir warten. Das ist schwer, das macht wohl hier richtig schönen Schaden. Aber... Oh Gott, wir können uns jetzt nicht mal schützen. Wenn noch mal irgendwas kommen sollte. Was uns gerade schon einkesselt. Er hätte vielleicht doch bei dem Tank bleiben sollen. Ah, ist jetzt egal. Ohhhh! Lame down! Ohhhh! 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 Ah kacke! Mist! Das ärgert mich jetzt! Ohhhh! Ja, komm auf den Block. Schlau was schwingen. Ohhhh! 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 Ja, sie machen schon! Ordentlich wird ein Schaden. Oh Gott! Jetzt fällt Gelt komme mit. Es zu�들! Das heißt nicht geil, das heißt nicht geil. Entschuldigung, wie soll ich da hinkommen? Danke, liebe Entwickler! Wie soll ich da hinkommen? Ich kann leider nicht wie bei Isaac fliegen. So, jetzt können wir erstmal unseren Trank kaufen. So, für den Fall, dass wieder irgendwas sein sollte. Aber wir sind wieder am Trank. Na, wo ist der andere, der letzte... Achso. Sorry, nicht. Ja, wollen wir leben auf. Gott sei Dank. So, Kisten noch platt machen und dann gehen wir auf den Weg. Ich weiß aber nicht, was ist gut. Irgendwas geht auf oder keine Ahnung was geht. Perfekt. Stimmt das hier, denke ich mal. Okay, jetzt komm mal drauf. Oh Gott, das ist grad... Oh Gott. Oh Gott, wir hätten das behalten sollen. Wir hätten das nicht behalten sollen. Wir hätten den Tank behalten sollen. Kacke. Wieso sind wir hier rein gegangen? Wieso sind wir hier rein gegangen? Wieso sind wir hier reingegangen? Ist doch schön, dass wir Leben kriegen, aber... Lebenskugeln werden wir doch verbessern in dem Moment. Lieber. Zum Glück haben wir eine Zeppelin. Aber das Baby, aber ich weiß was das bringt. Boah. Boah. Bisschen Leben höher machen. Wir brauchen mehr Leben. Wow! Es war schön, dass wir jetzt den Schrein aktiviert haben, aber ich habe auch keine Ahnung. Aber wir haben es. Aber... Oh Gott! Oh Gott! Ja, vielleicht nicht! Boah! Alter Falter! Ist das gerade hell wie hier! Oh, das ist noch nicht mal der Poiss! Der Poiss kommt erst! Komm! 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 Okay, da ist doch relativ gut. Für unser Vorhaben ist das gut! Level Up! So schnell Punkt verteilen, damit wir nicht sterben. Wir können zwar Schaden kriegen, wenn wir ein bisschen mitnehmen. Aber ich gehe immer davon aus, dass wir genau dann, wenn wir da sind, wenn wir das machen, kein Gehkopf. Oh! 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 So, dann haben wir nicht mal was ergeben, was ich jetzt nicht... Also... Achst du, noch kein Boss? Warum? Das ist Welle 70! Ich will jetzt ein Boss kommen! Ich will ein gutes Item haben! Neue, ich will ein Kaktus! Wow! Boah! Boah! Liebe Leute, es geht ganz schön ab hier! Hohohoho! Alter Falter! Aber ich schlage nicht mal ab, was das so abgeht! Wow, 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 wow! Nicht die Zacken! Das ist der letzte wieder da unten! Ach nein! Was war's? Okay! Danke, lieber Stopper! Was? Immer noch kein Boss? Mann! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Ich weiß nicht, wie auf der Tischel tot war! Also mehr als einmal auf alle Fälle! So! Und was ist denn noch denn? Boss kommt! Ja, endlich! Und eine Krypto-File schalten! Mal gucken! Ob man die vielleicht noch machen danach! Hast du irgendwas zur Boss kommt? Woah, den kenn ich nicht! Ach doch, doch! Doch, doch! Boah, ja, okay! Der ist okay! Der kann nicht fehlen! Der kann nicht zum Schießen, ja! Oh Gott, der kann eine blaue Kugel! Okay, der kann nicht blauen Kugel! Das ist gar noch richtig gay! Das ist gar nicht das, du blöde Hammel! Woah! Und tot die Gefahr! Und tot die Gefahr! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße, tot den Kopf! Dönes! Na komm, schieß! Woah, es macht noch zwei! Woah! Du blöde Arsch! So! Wuhuuuhu! Wuhuuuhu! Wuhuhuhu! Wuhuhuhu! Bitte Leben, bitte Leben, bitte Leben! Ein Sturm, komme! Ack 2 komplett! Hervorragend haben wir das Video gemacht! Machen wir mal ein Level ab hier. So. Die Krypto. Ach, die besuchen wir jetzt nicht mehr. Gleich weiter. So. Gucken wir was wir weit im kriegen. Kacke nimm jetzt die. Die können sowas hier. Ist jetzt nicht so schlecht. Aber wir halten die. Und ins Selbstgebiet. Und liebe Leute, hier geht es im nächsten Part dann weiter. Und ich hoffe, oh Gott, es läuft dann genauso gut, wie es die letzten Parts getan hat. Olaf, der Wikinger wird uns hoffentlich noch lange halten bleiben. Also liebe Leute, macht's gut.